Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity Dead Kings Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal um Lass mal sehen Also wir müssen... Okay Wir müssen Kohlebecken in den Anzünden Dafür müssen wir da aber erstmal reinkommen Puhuhuhuhu gar nicht mal so einfach Ich mach mal das übliche wieder Ein bisschen Kisten knacken Geht immer Gibt zwar viel Kohler, aber ich brauch's halt theoretisch gar nicht Also, wir müssen da sicherlich irgendwo hoch Schaffen wir's da direkt Okay, mach mal das hier wieder aus Das brauch ich momentan hier nicht Ah, da, da, da Wunderbar Da geht's hoch Komm, komm, komm Auf geht's nach oben Na, doch nicht Vielleicht hier Auch nicht Äh, da üben Können wir glatt vorstellen Nein Nee Hm Da Nein Warte, dann noch eins, ey Das soll ich wahr sein Komm, einmal hier Einmal hier Dann irgendwie hier rüber, oder nicht? Ähm Ich stelle mich auch gerade richtig blöd an Da Geht's nicht Nein, da geht's nicht Und da geht's auch nicht Ja Ein beherzter Sprung Alter Verwalter, ey Bin ich normal Oh, mach das Ding aus Mach das Ding aus, mach das Ding aus Okay Da hinten geht's auch noch irgendwo hin Was hängt man denn da? Irgendwas Wichtiges? Nichts Hm Da Auch nichts Da oben entlang Ich seh's doch Ey Das ist noch richtiges Assassin's Creed Hab's das wiedergefühl Schleichen, 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 schleichen Hm Wie hab ich keine Chance? Also ich hab schon eine Chance, aber Muss nicht Oh, lieber hab ich hier meine Ruhe So So, da oben geht's lang Diese alten Krüften hier Ich fülle nochmal komplett nach Ah, damit ist jetzt aufgefüllt Brauchen tut man's eh nicht Ist eh hell genug Hier kann ich interagieren Na komm Ging doch gerade noch Hey Komm Ja Okay, das eine Tor ist offen Jetzt das nächste Komm 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 Ja gut Da kann ich jetzt runter Das hätte ich auch vorsehen können Dass ich da runter kann Na super geil Und jetzt was bringt mir das? Nix Ja, hier bin ich hergekommen Ja Da bin ich hergekommen Hm 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 Okay, ich muss mich mit denen anlegen Wenn das schon steht Perfekte Paraden Nein Nein, 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 nein Alter, ey Wenn mich das aufregt hier Ich mach's halt auch richtig dumm Komm Trau dich Springen Wenn ich's drücke Dann mach Gerade hat's auch funktioniert Glaub mir Es geht Nein, nicht da unten Oh Ey, Halleluja Ich geh hier hoch Gibt's auch noch einen Weg Ich bin hier im falschen Film, ey Ich soll mich mit denen anlegen Sonst kann ich hier keine Paraden machen Mit der Überwaffe muss ich nichts parieren, ey Ich muss ein bisschen parieren hier Komm, greif mich an Den erledige ich mal kurz Das ist damals Da hab ich das horrifying Interaktion mittlerweile macht man so viel Kohle später im Spiel das hast du mit bestimmten Online-Missionen das lohnt sich einfach nicht mehr aber ich mach's doch zu mir angeboren okay nur wo finde ich jetzt die an der Steintafel ich mein es ist schön und gut und so ne aber was habe ich übersehen also okay die muss da üben sein okay ich muss auch da hin ich glaube ich check's ich glaube er ist sicher bin ich mir allerdings nicht jetzt sind wir auf jeden fall mal ziemlich weit oben hier hat man ein bisschen Ausblick auch ich glaube wenn ich von hier aus hier drauf jump und dann darüber ja geil ne nix na dann niente schön da kann ich entlanghangeln ich mein das ist toll und so ne aber komm schon du bist direkt drüber hier runter stell ich mich tatsächlich so doof an ja wahrscheinlich ähm eigentlich war ich da jetzt überall das macht mir irgendwie Angst ich war noch überall da hinten war ich da habe ich das Teil freigeschaltet kann man da hoch da oben kann man entlang vielleicht ist ja noch irgendwas hm nichts ich glaube hier stand ich auch schon ich glaube ich stand überall schon das kann ja eigentlich nicht sein boah ich stelle mich aber so richtig dumm an also es kann nicht hier sein weil nämlich hier wie schon erkannt die grüne zone ist nur in dem bereich also der untersuchungsraum und die eine steintafel war da hinten was ja schön ist und so gut das würde ich persönlich annehmen dass die zweite irgendwo auf der anderen Seite ist oder so nur ich sehe sie nicht da unten meine Fresse ey ey ich hab's auch echt verdient es ist ja nicht normal ey ey nee ey komm her da geht's nach oben ich hätte überhaupt nicht umbringen müssen naja egal wir haben es ja dient wir haben es ja dient aber nur deswegen welche freude ja ist auch immer schön sie zu sehen da ist er doch hab ich ihn gib mir das manuskript weshalb es hat mit der sache nichts zu tun oder ich verlasse das land dafür brauche ich es und unsere zukunft ein frankreich wo sich alle umeinander kümmern werd endlich erwachsen vergiss frankreich du bist allein was hat dich nur zu so einem blödmann gemacht du kannst nichts tun du verstehst es einfach nicht du bist genau wie die na ich bin nicht genau wie die ne wie soll ich bitte schön perfekte paraden machen und nicht in einen kampf geraten na gut das war wahrscheinlich die davor die aufgeraden ok das teil ist so imbar diese waffe was gibt es eigentlich in der initiates box hier lass mal sehen achso funktioniert mal wieder nicht okidoki muss ja nicht muss ja nicht nicht so wichtig oh ich genieße die aussicht sehr angenehm schön mal wieder in frischer luft zu sein die katakomben sind nicht so ganz das meine komm 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 hier hopp hopp lass doch drauf jo nächste mission ja komm wir legen mal hier weil ich das teil haben will hey alter alter jetzt auf mich zu der massenschlägerei Wurz willst du mich verarschen alter Schwede ich glaub's ja nicht komm her komm mal weg ja so ist fein auf geht's so wir sind in der nächsten Folge und damit auch in der nächsten Mission